Dresden. Die Fahrradpolizisten Harald Hörnig, Thomas Chirali und Holger Lipper kontrollieren Verkehrsteilnehmer. An einer stark befahrenen Kreuzung halten sie einen Motorradfahrer an. Schönen guten Tag, Herr Hauptmeister von der Verkehrspolizeiinspektion. Sie sind soeben aus der Defendentstraße herausgefahren. Die Defendentstraße ist ein Stoppschutt in Verbindung mit Haldenlinie und Sie haben nicht angehalten, wie vorgeschrieben. Das Motorradrad steht in Freizeitersache zu äußern. Ich hätte gerne einen Fahrzeugschein, einen Führerschein bitte von Ihnen. Also Herr K***, folgende Problematik. Sie haben sich jetzt nicht überzeugt, wenn Sie nach rechts schauen. Wenn Sie anhalten und Ihren Fuß herunternehmen, ist das Motorrad stabil und Sie können sich komplett darauf konzentrieren, wer hier die Vorfahrt hat. Das Problem hier an der großen Sache ist, dass auch öfters von rechts unzulässig Radfahrer kommen. So schnell können Sie nicht reagieren. Es gab hier schon beinahe Unfälle. Die Statistik von Dresden ist, zehn tote Radfahrer allein dieses Jahr. Das zeigt ganz einfach, dass hier auch Verkehrsunfälle passieren. Ein Radfahrer hat weniger Klauschson. Sie bewegen hier ca. 100 Kilo. Ist es mindestens schwer. Ein Kraftfahrzeug hat dafür einen Führerschein gemacht und sind dann an höheren Verantwortung. Dementsprechend ist das hier so gefährlich. Ich möchte sozusagen, der Motorrad ist knapp 40 Jahre alt. Kein Standgas, Kupflung ist eigentlich fast nicht vorhanden. Wenn ich jetzt stehen bleibe, kann es sein, es geht aus und ich komme gar nicht mehr von Flecken. Deswegen habe ich geschaut und mich dann ausgedacht. Herr K***, da muss man offen dazu sagen, wenn es stehen bleibt, spätestens an der roten Ampel muss es stehen bleiben, dann ist es ja nicht mehr verkehrssicher. Dann kann ich es ja über Standgas mit langer Kupflung zu halten, aber es ist schwierig. Dann müssen Sie das Stoppstel wie an der roten Ampel, wenn es schwierig ist, so beachten. Es ist nun mal so. Die Verkehrsregeln sind so. Sie haben einen Führerschein gemacht und wenn Sie bei der Führer erlauben, dass Sie beim Stoppstel durchfahren, wissen Sie, sind Sie durchgefallen. Ich verstehe das. Ich möchte gar nicht darüber diskutieren, dass es falsch ist oder nicht. Zumindest sind Sie einzig. Würden Sie mit Ihrem Führerschein aushändigen, das ist der Passenausweis. Ja. Danke sehr. So, Herr K***, Sie sind einsichtig. In Verwarnung in Höhe von 10 Euro würde ich Ihnen erheben. Sind Sie mit einem verstanden? Ja. Gut, wenn Sie es sofort begleichen, ist die Maßnahme sofort abgeschlossen. Würde ich Ihnen auch quittieren. Ansonsten 10 Euro. Gut, kriegen Sie noch 10 zurück. Kleinen Moment. Das ist auch sehr wenig. Ich glaube, hier müsste per Petition oder allgemein mal im Verkehrsministerium nachgearbeitet werden, wie bei anderen Överschuldigkeiten. Weil ganz allein nur hier 10 Euro in Verbindung mit dem Stoppstel, nehme ich auch gerne mal 20 Euro bei Vorsatz. Weil es ist zu sehen. Jeder weiß es und hält nie an. Für Harald Hörnig und seine Kollegen ist es wichtig, den Verkehrsteilnehmern die Gefahren zu erklären. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Die Leute mal reparieren lassen. Es gibt auch gute Werkstätten, die das mit dem Problem mit dem Standgas sicherlich beheben können. Der hat keine Standgasschraube. Tut mir leid. Also es geht nicht. Es gibt keinen Standgas. Ja, das Fahrzeug ist schon so konstruiert worden, dass es sicher im Straßenverkehr bewegt werden kann. Das hat auch keine Blinker. Ja, das ist richtig. Kein Problem. Ein Oldtimer. Trotzdem, die funktionieren. Trotzdem. Schönen Tag noch. Die Radstaffel verlegt ihre Kontrolle zum Altmarkt. Der älteste Platz Dresdens hat die höchste Verkehrsdichte. Der Altmarkt ist ein bisschen so ein Hotspot. Die Straßenbahn, die ja ziemlich schnell auf der eigenen Straße langfährt, rechnen nicht damit, dass plötzlich ein Auto quer an die Spur reinfährt. Das ist hier gar nicht vorgesehen. Dazu noch viele Fußgänger und Radfahrer. Der hat gelbe Nettelscheinwerfer. Die Fernscheinwerfer wurden gelb foliert. Das ist nicht zulässig in Deutschland. Man sieht auch hier, dass nachträglich auf den generell zulässigen Leuchten gelbe Folien aufgebracht wurden, die das Leuchte und das Signalbild gewaltig verändern. Das ist dann nicht zulässig durch so eine Änderung, nicht formell. Die Betriebserlaubnis von dem Fahrzeug ist ein Verwarnungsgeld in dem Fall von 50 Euro. Eine Gefährdung würde ich jetzt mal hier nie reininterpretieren wollen. Dann wäre es dann sogar noch teurer. Könnte man vielleicht sogar. Aber wir überlassen mal bei den 50 Euro. Er hat die Folien jetzt abzuziehen und kriegt ein Verwarnungsgeld von 50 Euro. Kollege Harald Herrmich bespricht sich mit dem Fahrer des Wagens. Wir schreiben uns auf. Wir machen noch kurz ein Folie davon. Wegen den Eberrätzen. Genau. Sie machen die Folie ab. Das ist quasi, wenn Sie damit einverstanden sind, die 50 Euro, das ist quasi, ja, was ich hier als Mindestbetrag zumindest erheben kann. Wenn Sie jetzt sagen, nee, das ist so nicht in Ordnung. Ich gehe da voll und ganz mit. Können wir gerne so machen. Aber ich frage mich halt bloß, warum es der Tüffmann, der das Auto komplett abgenommen hat mit den gelben Scheinwerfern. Der Tüffmann hat das so durchgewunken. Der ist der Tüffmann-Warten-Lass. Der kriegt von uns jetzt auf den Deckel. Aber gewaltig. Dekra-Kam jetzt, oder? Nee, nee. Ich bin ja hier in Dresden. Dekra-Dresden hat es so durchgewunken. Das war schon früher Warten-Lass. Aber ich werde dazu den Äußerungen geben. Wer das war? Nee, das kriegen wir ja raus. Das lässt sich immer recherchieren. Weil jeder Prüfer, der das Fahrzeug gesehen hat, in einem amtlichen Prozess, muss mit seinem Stempel dafür gerade stehen. Das ist richtig. Wie müssen Sie das jetzt nicht sagen? Da gucke ich einfach mal in den Hauptunsuchungsbericht rein. Den kann ich mir ziehen, elektrisch, elektronisch, wer das gewesen ist. Und dann muss man den mal zur Rede stellen. Der wird wahrscheinlich wiederum sagen, wo ich das Fahrzeug so gesehen habe, waren die Folien nicht drauf gewesen. Da schiebt es immer einer auf den anderen. Am Ende sind Sie derjenige, der mit rumgefahren ist, an dem es hängen bleibt. Die gelbe Folie verringert die Leuchtkraft der Scheinwerfer. Es wurde komplett abgenommen, das Fahrzeug. Und ja, die Prüfer müssen es wissen. Ich muss es nicht wissen. Ich zahle das Geld dafür und der Rest ist mir eigentlich egal. Grundsätzlich kann man sich ja schon denken, wenn man eine lichttechnische Einrichtung baulich verändert, egal ob mit Lack, Folie oder Strümpfen, dass das vielleicht nicht so im Sinne des Herstellers sein kann. Muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen. Lichttechnische Einrichtungen und Straßenverkehr haben natürlich einen sehr, sehr hohen Stand, sind sehr penibel, kontrolliert, begutachtet, definiert. Und wenn man da auch etwas daran verändert, ist das schon ein bisschen tricky manchmal. Dann bekommt er noch einen Mängelschein mit, dass er das auf einen gewissen Drucker hält, die Folie nicht abzuziehen, weil die jetzt wohl nicht so gut abgehen, weil es durch den Lack alles ein bisschen eng und übelst verbaut und dann ist das erledigt. Mit der Mängelmeldung bekommt der Fahrer die Auflage, die Folie innerhalb von zwei Wochen zu entfernen. Unabhängig werden Sie noch angeschrieben von dem Verfahrensweg, wissen Sie? Ja. Ja. Gott, du brauchst das jetzt nicht normal, Leute. Wir haben Sie noch mal angeschrieben, dann das Ordnungsgeld, das Ihnen angeboten ist, überweisen. Und die Maßnahme ist dann von der Sache her ausgehend erledigt. Personalsatz bekommen Sie zurück, den Führerschein und den Fahrzeugschein. Ärgerlich ist es, nee. 10.000 Euro Umbau, da kosten mich die 50 Euro gar nichts. Was soll ich machen? Passiert, passiert. Ja. Besser als 50 Euro lieber als Stehlegung. Die Polizisten der Dresdner Fahrradstaffel sind den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Ihr Ziel? Die Unfallzahl durch Kontrollen und Präsenz zu senken. Damit Rad- und Autofahrer sicher durch Dresden kommen. 1. 1. 3. 4. 10. 11.